Hallo zusammen, mein Name ist Andreas Lanz und ich habe eine klare Vision, was ich aufbauen möchte. Ich möchte möglichst viele Menschen zur Tatkraft motivieren. Dazu, dass sie Verantwortung für ihren Handel übernehmen und anfangen, ihre Zukunft zu gestalten und nicht länger darauf achten, bis irgendjemand über die Ziellinie trägt. Es braucht Tatkraft, damit man von seinem persönlichen Power-Effekt profitieren kann. Darum habe ich dieser Firma auch den Namen gegeben. Wir sind seit 12 Jahren damit beschäftigt, Privatkunden und Leute mit speziellen Anforderungen im Berufsleben, so wie Spitzensportler zu trainieren. Bei der Auswahl von meinem Team habe ich darauf geschaut, dass ich Menschen finde, die sich mit der Tatkraft wie Vision identifizieren können. Ich habe darauf geachtet, dass ich Leute finde, die irgendjemand immer etwas besser sind als ich. Dadurch ist ein Team entstanden, das ein Know-how zusammengebracht hat, das ich alleine gar nie aufbauen konnte. Mit der Firma young.ch ist eine Kooperation entstanden. Eine Kooperation von jemandem, der eigentlich eine gleiche Vision verfolgt. Nämlich, dass die Leute, die von dieser Dienstleistung profitieren, für die alles etwas leichter wird im Leben. Wir haben schon ein paar Mitglieder von Sondereinheiten dürfen auf Leistungstests oder Prüfungen vorbereiten oder ihnen dabei helfen, ihr Fitnesslevel konstant auf einem sehr hohen Niveau zu halten, damit sie ihren Alltagsanforderungen recht werden können. Ein guter Elitensoldat zum Beispiel hat eine sehr weit entwickelte Körperbeherrschung. Das Gute an dieser Form des Trainings ist folgendes. Erstens, wir haben das Fitnessstudio immer mit dabei, das ist nämlich der eigene Körper. Und zweitens, wir können jederzeit und überall damit arbeiten. Wenn ihr auch überzeugt seid, dass es Tatkraft braucht, um etwas zu erreichen, dann bitte ich euch jetzt, die Selbstverantwortung zu übernehmen und nicht mehr länger zu warten. Und zum Beispiel schon in der nächsten Kaffeepause nach dem Kaffee noch vier, fünf oder zähliger Stütze zu machen. Das war der erste Teil von unserem Warrior Workout. Schaut wieder, wie der Bein ist vorbei. Es gibt noch weitere Videos. In den nächsten Videos werden wir euch zeigen, wie das die Übungssequenzen, die ihr jetzt gesehen habt, so kann ich machen, dass ich die Übungen auch etwas bringen und den gewünschten Effekt hätte. Für alle die, die es interessiert, die können jetzt unten auf diesen Link klicken und das Buch Der Power-Effekt bestellen. Dort werde ich herausfinden, wie viel man mit Selbstverantwortung erreichen kann. Das ist nicht allein auf meinem Mist gewachsen. Darin hat es auch Interviews von ganz bekannten Persönlichkeiten, wo ich die Geheimnisse verraten habe. Danke vielmals für das Sicherschauen, für das Interesse und bis zum nächsten Mal.